Die Jungs sind einfach super witzig, super nett und am besten hatten wir eigentlich Herr Lopez gefallen. Sieht natürlich super aus und ja, die haben einfach alle total den Schaf. Sehr angenehm, einfach menschlich. Also ich fand es ganz toll, dass ich es so mal erleben durfte. Ich bin ganz glücklich, ich gehe heute mit einem Lächeln nach Hause.